Hey, und was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Äh, sorry Süße, das wird doch nichts. Nimm's nicht persönlich, du bist wirklich toll, aber ich... Also, er ist mein Partner und, äh... Ich meine nicht so ein Partner, also versteh mich nicht falsch. Ich meinte nur, du, ähm... Wow, ich hab... Ich hab was zu erledigen, äh... Mein Gott. Einfach...